Sieben... Ähm, warte mal. Ja. Kannst du auch weniger langsam sein? Es kann sein. Ich nehme einen Kaffee mit Sojamilch. Ohne Zucker und ohne Kekse. Wir haben keine Sojamilch. Und was machen wir jetzt? Was ist so schwer daran, in einem Kaffee Sojamilch zu führen? Vielleicht bestehen das ja nicht so viele Leute. Oh. Sie ist das Bonk-Gurl. Was? Sie ist definitiv Russin. Du siehst das in der Kopfhorm. Typisch russische Kopfhorm. Du holst mir jetzt einen Kaffee. Schwarz. Ohne Zucker und ohne Keks. Hallo. Hast du dich unterwegs verlaufen? Nee, das geht doch gar nicht. Dafür ist der Weg doch viel zu kurz. Es ist doch nur ein Kaffee. Wollen Sie mir wirklich wegen 2,50 Euro die Chance auf den Job kaputt machen? Au revoir. Au revoir. Ja. Ja.